Im Zahnimpuls Lampertheim behandelt ein engagiertes Zahnärzteteam seit über 20 Jahren mit neuster Medizintechnik nach aktuellen wissenschaftlichen Leitlinien. Dabei stellen wir immer den Menschen in den Mittelpunkt und legen großen Wert auf eine ausführliche Beratung. Eine nachhaltige Zahnpflege steht grundsätzlich im Vordergrund. Zur Vermeidung von Karies und Zahnverlust empfiehlt sich deshalb eine regelmäßige Prophylaxe, die bei uns ausschließlich geschulte Fachkräfte durchführen. Hierbei ist die professionelle Zahnreinigung unabdingbar. Wir sind spezialisiert auf die Behandlung von Kindern. Spielerisch demonstrieren wir die zahnmedizinischen Hilfsmittel, um Kindern die Angst zu nehmen. Neuste Technik wie ein dreidimensionales Röntgengerät unterstützt uns bei dem Bestreben für jeden Patienten eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Auf Wunsch bieten wir auch die Behandlung in Vollnarkose an. Angstpatienten sind bei uns sehr willkommen. Überregional bekannt ist unsere fachliche Spezialisierung auf die Implantologie. In unserem praxiseigenen Zahntechnik-Labor schaffen wir alle Formen des modernen Zahnersatzes selbst. Hierzu zählt auch die Fertigung von implantatgetragenen und festen Zähnen an nur einem Behandlungstag. Mit Hilfe der hochmodernen CEREG-Technologie fertigen wir innerhalb von nur einer Sitzung computergestützt vollkeramischen Zahnersatz für Sie. Zahnimpuls Lampertheim – für Ihre Zahngesundheit.